Willkommen zu einer weiteren Runde von Mark of the Ninja. Ninja Ninja und es ist gefühlte drei Wochen, also es sind drei Wochen her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Und das ist die nächste Aufnahme-Session. Ich muss nur mal kurz hier meine Uhr starten. So, den Timer, damit ich nicht überziehe. So, er lädt noch, er lädt noch. Warum lädt denn der noch? Was ist da los? Ich habe mir so einen schönen Gelenkarm hier gekauft, von Rode. Das ist einiges entspannter jetzt zu Let's Playen, weil ich hier ja gerade das Gamepad auch noch in der Hand habe. So, jetzt ziehe ich mir meine Musik. Einen Moment. Und, ich muss mal kurz die Musik runterstellen. Einstellungen. Musik. Das war ein bisschen laut gerade. Geräusche auch ein bisschen runter. Äh, so. Spielvorsitzenden. So, da unten ist eines immer noch laut. Ja, kommt mir sehr laut vor. Vielleicht ist auch nur der Regen. So, die Lampe kann ich die ausmachen. Was habe ich denn überhaupt hier an... Äh, ich habe Rauchbomben. Ich habe Stachelbomben. Was ist das? Weitsicht. Was ist Weitsicht? Naja, egal. Äh, ich glaube, ich mache die aus, oder? Ich, ich, ich sollte den ausmachen. Ah, nee, komme ich so hin. So. Aber was ist Weitsicht jetzt? Ah, so in Weitsicht. Sehr cool. So. Dann gehe ich hier lang. So. Letztendlich macht das... ...licht aus, oder? Da ist niemand. Da ist keiner. Das müssen abwarten, bis der hier fertig ist mit seiner Untersuchung. Und dann kann ich hoch. Heppa, heppa. Oh, ei, ei, ei. Uh, war das schnell. Ah, das schnell reagiert. Puh, das ist gleich zu Anfang. So, kann ich ihn irgendwie ablenken. So, ich muss hier hoch. Hepp, hepp. Blödes Gewitter. So, da oben ist das Ding für die Lampe. Also, wir können jetzt den Strom sehen, den Stromfluss. Wir sehen auch, was drüben ist. Ah, deswegen die Weitsicht. Wir müssen den, den mittleren... Ne, der linke, der ganz linke ist böse, weil da kommt Laser raus. Und der beim rechten kommt auch Laser raus. Zack. Kann ich kaputt machen? Ne, kann ich nicht. Schade. Dann gehe ich mal weiter... Oh, ist da. Wie werden wir da durchgehen? So, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gesehen werde. Ich sollte da hoch, um zu wissen, da oben, da sind Leitungen. Da oben ist eine Leitung. So, in einem Kasten. Ich muss warten, bis die beide an mir vorbei sind, damit ich darüber springen kann. Das warte ich jetzt nochmal kurz ab. Shit. Ja, sehr gute Idee. Im Grunde, wenn man es auch so ausführt. Ah, schon wieder. Ja, gibt es noch nicht. Lass mich da hoch, lass mich da hoch. Ach, da oben kann ich auch lang. Ah, so ein Mist. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, ich bin gar nicht da. Ich könnte jetzt mal hier so ein Ding werden, was? Oder so. Ha! Die Spinne. Und zack, noch ein notloser Kill. Nichts kann sich an mir messen mit mir messen. Oh, ja, 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 ja. Ich bin noch großspurig hier. Ich sage nichts kann mit sich mit mir messen. Kacke So was blödes aber auch gerade Nee, gibt's schon nicht So, ich muss ein bisschen abwarten Abwarten, bis sie sich berückt haben So, ich bin durch Jawohl Wie man die bewegt, weiß ich doch Das weiß ich schon, das weiß ich schon Ah, ich muss hier und Einen Moment, einen Moment Ah, hier kann man nicht lang Abgetrennten Das ist kein schöner Name Was ist da unten Achso Dann gehe ich doch mal Blöd Wir stellen da so einen Scheiß hin Ich könnte den Hund erledigen Oder ich könnte den erledigen Ich kann nur einen von beiden erledigen Halt, einen Moment So Da unten Ich muss also nach unten Ach du Kacke Ach du Kacke Habe ich Rauchbomben Ja Nur Shit So was Achso, war da aber auch Und ich hole mir den Typen von der anderen Seite Hier habe ich Rauch Ich habe keinen Kein Dings da so zum Ah, ja, ja, ja Schon wieder Ja Ja, wir können die alle auf einmal runter machen, wenn ich da durchkomme Soldat Pack ich hier mir Shit Jawohl Ach ja, ich hätte das ja mit Gift gemacht, ne Die drauf pumpen Kann ich den Hund jetzt irgendwie erledigen Hallo 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 Ich bin da dran Ich bin da jetzt angekommen So, weg damit Komm ich da jetzt lang Komm ich da jetzt lang So und hoch muss ich auch Was ist einer? Weiß keiner, ne? Wie lang muss? Hier ist kein X durch bricht die festung wende ich einfach mal weiter in hoffnung dass das so richtig ist so ebba 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 so wasser war oh ja vielen dank dass es baut mich sehr auf na wo sie jetzt lang hallo ach so vielleicht hier lang da entschieden ich kann nicht mehr was kaufen jetzt hier kann ich nicht so so dann würde ich sagen das war es auch schon mit dieser nächsten folge mit dieser folge also jetzt also jetzt ne wisst schon bescheid also bis dann tschüss